So, moin! Willkommen zur Strompreisvorschau für morgen den 24. Januar. Und wir haben schon lange nicht mehr geguckt, was unser Freund Henning Farnholt hier macht mit seinem Strompreismanager. Aber ja, das sieht doch sehr vielversprechend aus. Also hier in den Niedrigphasen wird hier viel Strom verbraucht, die Aggregate laufen. Es ist auch nicht so dramatisch hier in den Hochphasen, es ist immer noch günstiger Strom. Aber es ist natürlich besser hier dann den Strom zu verbrauchen, was er auch hier schön gemacht hat auf jeden Fall. Der Strompreismanager ist eine Software in einer Steuerung, die Steuerung ist von Loxone. Der kann acht Kontakte bedienen, Relais. Das heißt beispielsweise einmal die Rühlwerke im Fermenter, Rühlwerke in der Vorgrube, im Trockner, Rühlwerke im Gerestlager, im Nachgärer, was noch? Eine Ballbox kann er bedienen, einen Batteriespeicher kann er bedienen, eine PV-Anlage kann er bedienen, indem er mit diesen Geräten kommuniziert, die Strom produzieren und die Strom verbrauchen und speichern. Das ist eine Kommunikation abhängig von den Börsenpreisen, EPEC-Spot und den EU-Preisen, ENSO-E. Genau. Und um euch das nochmal ein bisschen näher zu erläutern, hatte ich hier damals auch eine Skizze angefertigt. Also bei unseren Kunden hatten wir vier Szenarien. Es gibt einmal, der Preis ist beim Minimum, also hier jetzt, sage ich mal, bei drei Cent. So, dann gibt die Steuerung alles frei, dann soll so viel Strom wie möglich verbraucht werden, alle Aggregate sollen laufen, Gas soll erzeugt werden. Und dann gibt es das zweite Szenario, natürlich das komplette Gegenteil, der Preis ist hier auf Maximum. Da sollen nur die wichtigsten Aggregate laufen, die für die Produktion vonnöten sind. Und dann gibt es hier zwei Preissegmente. Einmal natürlich den Preis über dem Median, also über dem Mittelwert sozusagen. Da werden dann immer ein paar Aggregate mehr freigegeben, umso weiter man hier zum Mittelwert kommt. Und dann gibt es einmal noch das Preissegment unterhalb des Medians. Also hier jetzt beispielsweise unter 10 Cent. Da sind natürlich auch die Freigaben weitestgehend offen. Und da der Preis ja immer geändert wird, jeden Tag um 12.40 Uhr von der Strombörse, liegt er ja nicht fest. Und viele Kunden aus der Industrie haben keinen festen Strompreis mehr, sondern einen flexiblen Stromtarif, der abhängig ist von der Strombörse. Und der Preis ist nicht konstant über den ganzen Tag. Deswegen machen wir jetzt schon seit einem Jahr die Strompreisvorschau. Genau, da gibt es ja sehr, 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 sehr viele Schwankungen. Wie man jetzt sieht, hier die Woche ist gar kein Wind gemeldet. Wir haben hier 6 Gigawatt, 7 Gigawatt. Und das merkt man natürlich gleich wieder in den Strompreisen. Also wir kommen hier aus der Nacht mit 16, 15, 14,9 Cent die Kilowattstunde. Und es steigt dann hier in der Spitze an auf 25,1 Cent die Kilowattstunde. Also wir haben wieder hier schön 10 Cent Preisdifferenz. Mittags geht es jetzt auch schon ein bisschen wieder runter auf 21,8 Cent. Sehr hoch. Und abends haben wir dann auch wieder hier 25 Cent um 17 Uhr, beziehungsweise zwischen 17 und 19 Uhr. Ja, die Preise gehen wieder hoch. Das heißt natürlich für alle, die einen flexiblen Betrieb haben, wie gehabt in diesen Zeiten auf jeden Fall die BRKWs fahren lassen. Viele sind ja jetzt mittlerweile auch schon bei der SKVE. Dort läuft das ja vollautomatisch. Das heißt, man muss sich um gar nichts mehr kümmern. Und die fahren ja auch nach den Viertelstundenpreisen. Und die sind natürlich nochmal in den Schwankungen extremer als die Stundenpreise. Ne, Holger? Die um gar nichts mehr kümmern bezieht sich auf den Fahrplan. Ja, genau. Den automatischen Fahrplan, das nennt man Fahrplan, wenn ein BRKW nach einem Plan gefahren wird. Das ist bei der Bahn auch, aber da gibt es immer Verspätung. Hier gibt es keine Verspätung, sondern wir sehen hier die 15 Minuten Preise der österreichischen Strombörse. Und dann sieht man mal, wie viele Schwankungen es da gibt. Ja, von hier, das haben wir ja 8 Cent auf 26. Ja, das ist eine ganz hohe Preisspreizung. Und dies wird immer mehr eine Rolle spielen in der Zukunft. Das gibt es auch in Deutschland, wenn wir einmal die Enzo-Seite öffnen. Da sehen wir diese Preisschwankungen. DT 15M nennt sich dieser Preis. Der 15 Minuten Börsenpreis, der da verhandelt wird. sind neuerdings in den Daten bei uns und in der Enzo mit drin. Ja. Und können ebenfalls automatisiert verarbeitet werden. Nicht nur die Stundenpreise, auch die 15-Minuten-Preise werden zukünftig eine Rolle spielen. Warum? Weil das Netz instabil ist und durch diesen Handel ausgeglichen werden soll. Bedarf und Nachfrage müssen gedeckt werden. Und durch schaltbare Lasten und Erzeuger, wie Batteriespeicher oder Kühlanlagen, die man halt beladen oder entladen kann oder mit beladen oder entladen kann. Und die Speicher können hiermit bedient werden, mit dieser Automatik. Und die Speicher können hiermit werden, mit dieser Automatik.